Lieber Michi, du gehörst in die St. Galler Regierung, weil … Hä? Michi, ich habe deine Schrift echt nicht gelesen. Alles soll ich vorlesen, was du mir hier aufgeschrieben hast. Ich mach's kurz. Es gibt keinen einzigen Grund, wieso Michi Goethe nicht in die St. Galler Regierung gehört. Doch, mal einen kenne ich. Das wäre für alle Dübacherinnen und Dübacher, die einen genialen Gemeindepräsidenten verlieren würden. Aber der Rest des Kantons St. Galler profitiert von Michi Goethe. Go Michi, viel Erfolg!